so willkommen zurück zum neuen video 12 dezember heute das hier hatte ich ja gestern das ist ich würde sagen eine art nougat und ich habe es tatsächlich überlebt na also ich hatte ja gestern gesagt dass ich nicht weiß was die hier an du ja ist es war so ein bisschen nougat artig und hat so leicht salzig geschmeckt ich fange jetzt auch mal mit dem kalender hier an jetzt wo ich ihn schon liegen habe auch übrigens die bananen die hier vorgestern liegen hatte die habe ich entsorgt da habe ich kein saft mehr daraus gemacht wo haben wir die 12 da ist ja das ist doch nett jetzt kommen da raus ich konnte die paline befreien und das ist auf jeden fall etwas was mir gefällt und zwar ist das vanille trüffel sehr nice da freue ich mich doch drüber so dann suchen wir auf dem riesigen adventskalender die 12 ok da ist hier ist die 12 sauerpatch kids blue raspberry hatte ich schon mal gehabt in der sugargang mini mystery box ja ich weiß nicht also ich finde sie jetzt nicht schlecht aber ich finde sie jetzt auch nicht super wenn ich jemanden von euch eine freude machen kann und der interesse daran hat mein angebot ich schicke demjenigen das zu meldet euch in den kommentaren oder schreibt mir eine e mail kriegt er umsonst von mir zugesendet so als er keine ahnung kleines geschenk in der weihnachtszeit ich finde sie wie gesagt nicht schlecht aber auch nicht so gut und wenn jemand anders mal gerne was ausprobieren möchte ich schicke euch das gerne zu das war's von diesem video bis bald leute ciao ciao